Schöne Taschentücher. Du meinst hier? Dankeschön, damit wichse ich immer. Ihr wolltet doch genau das hören. Man macht doch immer diese Taschentücher-Joke. Ist ja nicht so, als ob ich die letzten zwei Wochen krank gewesen wäre. Man macht ja diese Jokes immer, um den Streamer in die Schuhe zu schieben. Oh, du bist aber ein versauter Typ, ne? Und wenn man es dann ausspricht, was der Joke eigentlich beinhalten sollte, dann ist man wieder hier, ähm, was soll das denn? Also, wie reagiert man denn da jetzt drauf? Also, wenn du das so wegsch... Wenn du das so sagst, ah, nee, komm, das ist doch gar nicht so, dann bist du so der Dude, der nicht zugibt, dass er wichst. Egal, ob du es tust oder nicht. Und wenn du es sagst, dann bist du der versaute Typ. Also, du kannst doch gar nicht gewinnen bei so einer Nachricht.